Ich spiele mein ganzes Leben lang schon Basketball und ich habe in einem Basketballspiel einen Eigenkorb gemacht. Wisst ihr, wie schwer es ist, in einem Basketballspiel einen Eigenkorb zu machen? Das Äquivalent zum Fußball wäre, wenn ich so 30 Meter auf mein eigenes Tor renne und der Torwart schreit schon so, Ivan, nicht schießen, ich bin's, Thomas. Wir sehen uns zweimal in der Woche, Nacktmann, du kennst mich. Und ich baller das Ding einfach trotzdem rein.